Heute ist Dienstag, heute ist Werbetag, sowas in der Art. Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du auch in dieses Video einschaltest, denn ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Außer, dass ich jetzt aufs Getschirm bin mit meinen Kursen, habe ich noch ein ganz wunderbares Steady-Paket für dich. Und dass mein Angebot des Gunkelparadies über Steady läuft als Mitgliederkurs, das weißt du wahrscheinlich längst. Im Gunkelparadies gehen wir über das reine Malen hinaus und schauen uns an, was wir denn an Bedingungen brauchen, um kreativ sein zu können. Da hängt so viel dran, ganz viel von der persönlichen Haltung. Wie gehen wir ans Malen ran? Welche Glaubenssätze begleiten uns da vielleicht schon als Kind und führen eventuell dazu, dass uns diverse Dinge hemmen, so kreativ sein zu können, wie wir das in uns haben. Und wir haben das alle in uns daran. Das ist für mich so eine feste Gewissheit, daran ist überhaupt nicht zu rütteln. Und ich möchte dich im Gunkelparadies eben dazu einladen, deine Kreativität zu erforschen, was sie braucht, welche Bedürfnisse du hast in Bezug auf deine Kreativität, aber auch was dein kreativer Muskel braucht, um so richtig blühen zu können. Was dieses zarte Pflänzchen in dir alles an Dünger und Nahrung braucht, damit es so richtig gedeihen und wachsen und stark werden kann. Und dazu gibt es Monat für Monat neue Themen im Gunkelparadies. Wir schauen uns dann nicht nur Materialien an, mit denen du dich so richtig wohlfühlst, sondern gehen auch in solche Aspekte rein, wie, wie nehme ich mir die Zeit dafür? Wie schaffe ich es auch, die Dinge anzunehmen, die so aus mir rauskommen? Wie, was finde ich schön? Was, wo möchte ich mich weiter mit beschäftigen? Was ist es, was mich so richtig lebendig fühlen lässt? Oder auch, ja, wie schaffe ich es mir selber, beim Malen so Glücksmomente zu verschaffen? Darüber reden wir im Gunkelparadies, sowohl in der WhatsApp-Gruppe als auch in Live-Mal-Events. Und du bekommst Monat für Monat Mitmalvideos, Materialtests, aber auch Buchempfehlungen oder Prompts für dein Journaling. Und wir gucken uns auch, im August waren wir ganz intensiv im Sketchbook und gucken uns auch an, wie du deine Sketchbook-Praxis Monat für Monat weiter verfeinern kannst. Jetzt im September wird es nochmal intensiver ums Beobachten gehen. Das ist schon mal als kleine Einladung. Und ja, vielleicht kanntest du mich vorher schon aus der Kreasphäre und aus meinen Solo-Kursen, die ich dort anbiete. Und mir ist so bewusst geworden, ja, diese zwei Dinge laufen gerade so parallel nebeneinander her. Da ist das Gunkelparadies auf der einen Seite, wo wir einen ganz intensiven Kontakt haben und uns regelmäßig austauschen über diese Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen. Und auf der anderen Seite sind da so diese, mehr so diese mal technischen und thematischen Kurse, die auf der Plattform als Solo-Kurse liegen, wo du sie einzeln kaufen kannst. Vielleicht hast du auch schon welche gekauft. Und mir ist das jetzt aber irgendwie zu separat. Und aus diesem Grund habe ich mir was einfallen lassen, wie wir diese beiden Aspekte miteinander kombinieren können. Wie du sowohl vom Gunkelparadies, also von den monatlich wechselnden Themen, in Hinsicht auf die ganzheitliche Entwicklung im Malen für dich, als auch diese thematischen Sachen miteinander verknüpfen können. Und das bekommst du jetzt im Fünf-Sterne-Gunkelparadies. Das funktioniert ganz einfach. Du klickst dich auf Steady und wählst dort das Paket Fünf-Sterne-Gunkelparadies. Dann zahlst du einen Preis im Monat. Du brauchst dich auch nicht länger festlegen. Du kannst einfach mal für einen Monat reingucken und bekommst alles im Gunkelparadies freigeschaltet für einen Monat. Quatsch, was seit Januar da ist. Zugriffsdauer einen Monat, wenn du dich für einen Monat entscheidest. Und zusätzlich kriegst du alles ohne Kurse. Wie geil ist das? Hammer, oder? Ja, es ist total ohne Risiko. Du kannst einmal reingucken. Zum Beispiel, wenn du jetzt Bock hast, meinen aktuellen neuesten Kurs, den zum Blumenmalen mit Acrylmarkern. Wenn du dir den gerne anschauen möchtest, dann kauf dich doch für einen Monat ins Gunkelparadies ein und schau dir den Kurs an. Und schau dir vielleicht noch alle anderen Kurse auch an. Guck einfach mal rein. Die sind dir dann freigeschaltet. Und ob du dann das Gunkelparadies nutzt oder nicht, das ist ganz dir überlassen. Und wenn es dir gefällt, dann lässt du dein Abo einfach weiterlaufen. Wenn es dir nicht mehr gefällt, steigst du einfach wieder aus. Du hast auch die Möglichkeit, dich für ein ganzes Jahr festzulegen. Dann ist der Preis ein bisschen niedriger. Aber das ist, wie gesagt, total dir überlassen. Wenn du dich für länger festlegst, bekommst du die aktuell bestehenden Kurse plus das Gunkelparadies, plus das Livemalen und alle Kurse, die noch kommen. Und ich habe ja noch ein paar in der Pipeline, die demnächst auch noch dazukommen werden. Deshalb No Risk Only Fun. Schalt dich mal rein. Und wenn es nur für einen Monat ist und guck, was da für dich drin ist. Das Gunkelparadies ist mein Alles für dich. Also meine komplette Malentwicklung seit 2018 und natürlich das, was früher da auch gewesen ist, weil von dem zehre ich ja immer noch, auch wenn ich da immer der Ansicht war, ich kann nicht malen. Das alles für dich, für einen Preis im Monat. Cooler geht's nicht. Ich freue mich drauf, dich bei deiner kreativen Reise unterstützen zu können, denn das ist der Grund, warum ich das hier mache. Dich teilhaben zu lassen an meiner Entwicklung, weil ich weiß, dass so viele Dinge, von denen ich immer geglaubt habe, ich bin damit alleine. Ich weiß, und das sagen mir alle im Gunkelparadies, dass sie mit denselben Themen zu kämpfen haben, dass sie vor denselben Hindernissen immer wieder und wieder stehen. Und ich möchte dich im Gunkelparadies mitnehmen, das für dich zu erkunden und am besten auch aufzulösen, damit du den künstlerischen Weg für dich beschreiten kannst, den dir gegeben ist und den du gerne haben möchtest. Und damit du mit deiner Kreativität so richtig glücklich bist. Den ganzen Frust weglassen, den es immer gibt, wenn du versuchst, was zu malen, was dir nicht entspricht. Und du wirst im Gunkelparadies für dich herausfinden, was dir entspricht. Und dazu dienen eben die monatlichen Themen im Gunkelparadies und die Solokurse mit den thematisch abgegrenzten Kursen. Schau rein, guck es dir an, was es dir bringt und dann freue ich mich auf dich und auf deine Erfahrungen und ich kann es kaum erwarten, dich willkommen zu heißen. Ach ja, falls du schon ein Abo hast im Gunkelparadies, das ist eins für das All-Inclusive oder für Selbstversorger. Du kannst einfach auf Upgrade tippen. Du gehst oben rechts in der Ecke ist der Button für das Icon mit deinem Profilbild. Da klickst du drauf und dann gibt es den Eintrag Meine Mitgliedschaften und darüber kannst du die Mitgliedschaft ganz einfach anpassen. Wenn du ein monatliches Abo hast, ist das super easy und wenn du ein Jahresabo schon hast im Gunkelparadies, dann wird dir das selbstverständlich angerechnet. Du kannst dann aber nicht auf ein Monatsabo umschwenken, sondern musst dann auch ein Jahresabo nehmen. Das nur zu den technischen Feinheiten. Da frag mich ruhig, wenn du da was wissen willst oder kontaktiere den Steady Support, die sind immer sofort da. Okay, dann war es das für jetzt. Genug Werbung für heute. Ich freue mich auf dich. Bye, bye.